Dorn Teufel von Eva Almstädt. Es liest Stefan Benson. Midi-Pyrinée, Frankreich. Der Fruchtkörper des Pilzes besaß einen dünnen Stiel mit einem eiförmigen Hut, der von galärtartigem Schleim überzogen war. Wie viele seiner Art stellte auch dieser, ähnlich einer kleinen chemischen Fabrik, über 20 für ihn charakteristische Stoffe her. Professor Eduard Konstantin hatte ein paar Exemplare des Pilzes von einem befreundeten Ethnologen geschickt bekommen. Dieser Forscher war, während er mit einer indigenen Gruppe im Amazonasgebiet gelebt hatte, auf eine außergewöhnliche Heilmethode gestoßen. Die Indios ließen den Pilz auf der Haut sterbender Menschen wachsen, allerdings nicht, um die Kranken zu heilen, sondern um einen Wirkstoff zu erhalten, der sich auf diese Weise im Pilz bildete. Mit dem Schleim, den der Fruchtkörper absonderte, rieb man anschließend menschlicher Haut ein, an der sich sowohl eine heilende, als auch eine dramatisch verjüngende Wirkung zeigte. Professor Konstantin hatte herausgefunden, dass der Pilz mithilfe eines Nährstoffes aus menschlichem Hautgewebe ein noch unbekanntes Enzym synthetisierte. Ein Enzym, das die Kosmetik revolutionieren würde. Doch lange konnte er nicht mehr mit seinem hirntoten Probanden experimentieren, dessen Rücken war bereits vollständig von dem Mycel des Pilzes zerstört. Er hatte es auch mit Mäusen, Ratten, sogar mit einem Schwein versucht. Ohne Erfolg. Er brauchte Menschen. Bihar, Indien Das Metalltor schob sich langsam seitwärts, bis von der indischen Nacht nichts mehr zu sehen war. Julia Bruck stand in einer Schleuse, umgeben von hohen Wänden aus Beton und Stahl. Nichts passierte. Entspannt bleiben, ermahnte sie sich. Das hier war nichts als eine kleine Machtdemonstration ihres Auftraggebers. Über die Forschungsmethoden des Kosmetikkonzerns Serai-Allemont und vor allem über den Umgang mit Mitarbeitern und Probanden kursierten hässliche Gerüchte. An die hatte sich Julia erinnert, als auf der Herfahrt der gläserne Bau des Forschungszentrums aus der Dunkelheit aufgetaucht war. Beim Näherkommen waren ihr dann die hohen Mauern und die Masten mit den Scheinwerfern und Kameras aufgefallen, die den Komplex umgaben. Und nun die Prozedur mit der Schleuse. Ach, wahrscheinlich hatte dieser Tony Gallagher sie mit seiner Nervosität angesteckt. Die Reise von Frankfurt nach Patna hatte 15 Stunden gedauert. Am Lok-Najak-Jeyprakash-Airport war Julia von Tony Gallagher mit einer Limousine abgeholt worden. Als Ingenieurin für Versorgungstechnik war sie von ihrem Arbeitgeber, der ICL Thermocontrol GmbH, nach Indien geschickt worden, um die Klima- und Lüftungsanlage des Forschungszentrums zu sanieren und zu erweitern. Reinraum-Klimatechnik für Labore war Julias Spezialgebiet. Tony Gallagher, der Facility Manager von Seray Almond, war für dieses Projekt zuständig. Während der Fahrt in dem gepanzerten BMW hatte er allerdings die meiste Zeit aus dem Fenster gestarrt. Der indische Bundesstaat Bihar, durch den sie fuhren, galt als einer der ärmsten Indiens, hatte er ihr erklärt. Sowohl er als auch der indische Fahrer hatten eine Waffe getragen. In der Umgebung hier wimmele es von Räubern und Schlimmerem. Die vom Monsunregen ausgewaschene Straße war Julia bedrohlicher erschienen, als die Aussicht, hier Ganoven in die Hände zu fallen. Auf sie wirkte der Verkehr geradezu infernalisch. Von Rädern über unbeleuchtete Ochsenkarren bis hin zu motorisierten Fahrzeugen aller Art war hier eigentlich alles unterwegs, was fahren und etwas transportieren konnte. Nach eineinhalb Stunden war der Fahrer auf eine frisch asphaltierte Straße abgebogen. Bis auf ein paar LKWs, die sie überholten, waren sie danach allein durch die Nacht gefahren. Ein Lautsprecher knisterte. In der linken Wand der Schleuse befand sich ein Fenster. Dahinter tauchte ein uniformierter Inder auf. Miss Brooke, willkommen bei Serai-Almond. Ihren Reisepass bitte. Julia zog ihren Ausweis aus der Tasche und legte ihn in eine Schublade. Und ihr Mobiltelefon. Wie bitte? Ist Vorschrift, Privathandys sind hier nicht erlaubt. Sie war im Begriff, sich zu weigern, aber sie wollte raus aus der Schleuse. Also legte sie ihr Telefon ebenfalls in die Lade. Haben Sie ein Notebook bei sich? schnarrte es aus dem Lautsprecher. Was wollen Sie denn damit? Ist Vorschrift. Ich brauche mein Notebook, da sind alle meine privaten Daten drauf. Ist Vorschrift. Darüber wird man doch reden können. Lassen Sie mich jetzt rein, oder soll ich wieder gehen? Seine Miene blieb ausdruckslos. Ist ihr vorgesetzt dazu sprechen? fragte Julia gereizt. Sie hatte sich schon gedacht, dass es eine Umstellung sein würde, für einen Kunden wie Serai-Almond zu arbeiten. Bisher war sie von ICL eher in mittelständischen Unternehmen eingesetzt worden. Serai-Almond hingegen war ein internationaler Konzern, der in BH eines der größten Hautforschungszentren der Welt unterhielt. Mit 60 Tochterunternehmen deckten sie sowohl den internationalen Massenmarkt als auch das Premium-Segment der Hautpflege ab. Der Pförtner griff zum Telefon und sprach mit jemandem. Dann tat er so, als habe er etwas zu tun. Was ist jetzt? Er ignorierte sie und verließ den Raum durch eine Hintertür. Sie war wieder allein. So in etwa musste sich ein Verurteilter fühlen, wenn er das Gefängnis betrat. Hilflosigkeit kombiniert mit böser Vorahnung? Sie wollte nur ein halbes Jahr in Indien verbringen. Nachdem sie vier Jahre lang bei ICL in Deutschland gearbeitet hatte, waren ihr wohl doch die Gene ihrer Eltern in die Quere gekommen. Fabian und Beatrice Bruck hatten als Varieté-Künstler die Welt bereist. Ihr Vater entstammte einer waschechten Artistenfamilie. Ihre Mutter hatte sich als junges Mädchen in den Mann und wohl auch in das Künstlerleben verliebt. Tragischerweise waren beide vor drei Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen, der nicht einmal etwas mit ihrem Beruf zu tun gehabt hatte. Julia vermisste sie sehr. Doch den unsteten, abenteuerlustigen Lebensstil hatte sie immer verabscheut. Ihr oberstes Ziel war es gewesen, ein bürgerliches Leben zu führen. Das war auch ein paar Jahre lang gut gegangen. Aber als sich die Chance ergeben hatte, nach Indien zu gehen, war es passiert. Die Aussicht auf eine neue Aufgabe und auf das Leben in einem fremden Land hatten sie gereizt. Endlich ertönte ein Klicken. Das Tor schob sich zur Seite, sodass der Nachthimmel und ein von spiegelnden Fassaden eingefasster Innenhof sichtbar wurden. Zwei Männer standen vor der Schleuse. Einer von ihnen war Tony Gallagher, der Facility Manager, der sie vom Flughafen abgeholt hatte. Der andere hatte die Hände in die Hüften gestemmt und musterte sie aufmerksam. Er sprach sie auf Englisch an, obwohl sein Akzent ihr sagte, dass er auch aus Deutschland kam. Lächelnd streckte er ihr die Hand entgegen. Mein Name ist Robert Parminski, Chief Information Security Officer. Sie erwiderte die Begrüßung und musterte ihn dabei. Er war ein großer, schlanker Mann mit eckiger Brille, der richtig gut ausgesehen hätte, wenn sein Haarschnitt weniger akkurat und seine Gesichtszüge etwas entspannter gewesen wären. Julia holte tief Luft. Erklären Sie mir bitte, warum ich Ihnen meinen privaten Computer und mein Handy aushändigen soll? Wir lassen grundsätzlich keine Fremdgeräte auf das Gelände. Hat man Ihnen das nicht vorher gesagt, Miss Brooke? Er sah sie durchdringend an. Seine Augen waren dunkelgrau und wiesen Flecken auf, wie Granit. Nein, nur, dass das Fotografieren nicht erlaubt ist. Und Ihr Handy hat bestimmt eine Kamerafunktion, oder? Sie bekommen von uns ein Mobiltelefon gestellt. Auf dem Notebook sind aber alle meine privaten Daten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich meine Sachen behalten kann. Sie haben die Möglichkeit, uns Ihren Notebook zu überlassen, sodass wir es nach unseren Vorgaben mastern können. Was halten Sie davon? Nichts. Robert Parminski musterte sie nun von ihrem Kopf, mit dem dunklen, aufgesteckten Haar, das nach der langen Reise feucht war und sich widerspenstig in ihren Nacken kringelte, bis zu ihren nackten Füßen, deren Zehennägel rot lackiert waren und die in Riemchensandalen steckten. Dennoch ist das mein einziges Angebot, sagte er. Sie bekommen ein Telefon von uns und ihren Rechner mastern wir oder wir schließen ihn sicher weg. Julia trat einen Schritt auf Parminski zu. Dass sie dabei zu ihm aufblicken musste, verdarb die Wirkung ein wenig. Sie war schon recht groß, doch er überragte sie um weitere zehn Zentimeter. Dann schließen Sie meinen Laptop weg, Mr. Parminski. Sie garantieren mir persönlich, dass ich ihn einwandfrei zurückbekomme. Dann schließen Sie meinen Laptop weg, Mr. Parminski.